So, Schlag auf Schlag geht es. Heute direkt am 2. Januar, nee 2. Februar, die neue Box, heiße RIA Box, Selected Goods. Da sind immer so die etwas hochwertigeren Lebensmittel drin. Und dann schauen wir direkt mal rein. Wie immer, eine Übersicht. So, Glück-Marmelade. Passiert aus Erdbeeren, ohne kleine Stückchen. Lecker. Dann haben wir irgendeine Dose. Kollagen und Peptide. Minze, Limette, Kolide. Mein Gott. Braucht kein Mensch. Kollagen zum Trinken. Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, hoher Proteingehalt. Schokolade. Nee, andersrum. So rum. Vivani, 92% mit Kokosblütenzucker. Innere Folie ohne Plastik. Papierkarton. Von Nice RIA selber. Chok-Smoothies. Mango- und Passionsfucht in Förmelschokolade. Früchtehals. Dann haben wir hier irgendeine Heilerde, Anti-Aging-Maske, Maske, Brennnessel- und Hanföl-Duschseife. Habe ich hier irgendwie, in einer anderen Box war das drin, auch festes Shampoo. Gum & Paper. Strong. Plastikfreier Kargummi mit Papier, in Papier verpackt. Achso, Kargummi sind hier Lose drin. Ich habe schon gedacht, die werden alle einzeln eingepackt. Also die Verpackung ist aus Papier. Das wird ein Gewürz sein. Hartkorn. Italienische Kräuter gefriede getrocknet. Naja. Ich nehme die mal frische Kräuter. Alpgold von Herzen. Passend zum Valentinstag. Pasta in Herzform. Hartweizengrieß. Rote-Beetepulver. Kann Spuren von Ei enthalten. Dann haben wir Nau bei Lamsbräu. Fan Edition 2023. Bio-Limon-Cherry-Cola. Sauerkirsch-Geschmack. Fruchtgehalt 16%. Das ist viel. Glorifil. Viel Immun Plus. Karamellgeschmack. Nahrungsergänzungsmittel. Da haben wir so Fläschchen. 10 Fläschchen drin. Hafer Cuisine. Glutenfrei. In Mervic. Und Tee. Lovely Selection Infusions & Tee Bio. Auch mit Herzchen drauf. Ja. Das war's. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, 11 Artikel. Den Wert stelle ich euch in den ersten Kommentar. Ich tippe mal über 30 Euro. Kanal abonnieren. Glocke weg. Haken da lassen. Like da lassen. Das übliche halt. Bis zur nächsten Box. Ciao.